Ja, Hallihallo ihr Lieben, wir sind hier in World of Warcraft Wrath of the Licht King Classic in der Version 3, 4, 2, sind hier bei Dr. Rogers. Wartet hier in Sultrak hier unten auf Nordend. Zack, zack, zack. Also hier Dr. Rogers mit der Quest. Lasst niemanden zurück. Dr. Rogers in Draxortra möchte, dass ihr Kreuzfahrer Lahmhof, Kreuzfahrer Jonathan und Kreuzfahrerin Josefine findet. Legt ihnen dann die Verbände des Kreuzfahrers an und gebt ihnen so lange Geleitschutz, bis sie bei Dr. Rogers angelangt sind. Wir bekommen dann hier ein paar Items. Der Helm scheint am meisten wert zu sein. Nummer 18 Gold 89. Den Bedarf. Und dann gucken wir mal. Hier sind es da unsere drei. Nein, nehmen wir erstmal hier vorne. Den ersten. So, jetzt müssen wir mal zurück. So, der Kreuzfahrer Lahmhof ist gerettet. Und dann nehmen wir jetzt hier den Kreuzfahrer Jonathan. Können wir noch nicht mehr. Wir können teilen noch nicht. Machen wir jetzt mal den hier weg. Der stört ja auch mal. Na, müssen wir trotzdem noch eine halbe Minute warten. Aufgrund der Abklingzeit. Na, los. So. So. Da steht er. So. 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 Okay. mal hier haben wir auf jeden fall mehr zeit drei minuten bis er sterben wird so jonathan ist gerettet jetzt noch josephine ach so haben wir hier wieder mal noch eine halbe minute zeit machen wir den hier weg dann stört er hier nicht gleich beim zurücklaufen so 11 sekunden 5 4 3 2 1 zack so 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 dann hier so lang schnell durch schnell 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 dann machen wir den mal eben weg dann geht es jetzt aber weiter mal los kommen josefina rein ins körperchen so damit ist sie auch gerettet jetzt können wir die quest bei dr rogers abgeben nehmen den helmen nehmen bedarf 18 gold 89 und die quest lasst niemanden zurück ist entsprechend beendet vielen dank fürs zuschauen schaltet gerne wieder ein lasst gerne like und abo da schaltet auch gerne mal auf mein twitch kanal ist verlinkt im youtube kanal und damit bis zum nächsten mal tschau e Und...